Ein erfolgreiches Bauprojekt erfordert sorgfältige Planung und eine effiziente Arbeitsweise. Dazu gehört auch, unnötige Fahrten und Wege zu vermeiden, um das Projekt ökonomisch und nach Zeitplan abzuschließen. Genau hier setzt der Sattelkipper SKI mit seinem neuen Chassis an. Mit dem komplett neu entwickelten Fahrgestellrahmen stehen unseren Kunden je nach Baulänge und Rahmenausführung bis zu 180 kg mehr Nutzlast zur Verfügung. Und das bei gleichbleibender Robustheit. Der verbesserte Korrosionsschutz macht den Sattelkipper SKI dabei zusätzlich besonders langlebig und damit nachhaltig. Im Ergebnis bedeutet das, mehr Nutzlast, weniger Fahrten, langer Wert erhalten.